Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Cryptoanarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 55 Cent wieder gestiegen. Wir haben den XRP Preis wieder um 2% steigen sehen und der ganze Markt ist auch wieder vorwiegend im grünen Bereich. Bitcoin hat einen ordentlichen Sprung gemacht und aufgrund dessen haben wir da wahrscheinlich auch schöne Anstiege. Der ganze Markt hat reagiert. Bitcoin ist bei über 65.000 und auch Ethereum ist wieder in Richtung 3.000 Dollar unterwegs. Also da gibt es einige schöne Anstiege und ich hoffe, ihr konntet da auch ein bisschen was von mitnehmen. Wir schauen einmal direkt rein, denn wir haben einiges zu besprechen. Als erstes haben wir das Thema DBS, denn die DBS ist eine größere Bank und sie möchte jetzt in das Thema Tokenisierung reingehen. Und dort hat man eben jetzt XRP möglicherweise als den auserkoren, der das Ganze tokenisieren könnte. Also sozusagen auf XRP das Ganze zu tokenisieren. Der XRP Ledger ist natürlich dafür prädestiniert. Und insgesamt haben wir ja schon öfter über diese 10% des GDPs gesprochen. Das war auch gestern schon mal in meinem Videothema. Und heute haben wir tatsächlich eine neue Prediction und zwar bis 2027 sollen 10% des GDPs dort tokenisiert werden. Finde ich auf jeden Fall echt eine Kracher News, denn ganz ehrlich, 2027 ist nicht mehr so weit hin. Wir sind jetzt fast Ende 2024. Das heißt, das werden noch ein bisschen mehr als zwei Jahre, würde ich sagen. Und bis dahin 10% tokenisiert zu bekommen, das ist auch wirklich crazy crazy. Ich bin gespannt, ob das so kommen wird, aber generell kann man schon sagen, ob es jetzt 5 oder 10% sind, spielt am Ende des Tages keine Rolle. Es geht da wirklich um Milliarden und da bin ich immer dafür zu haben. Schreibt mir gerne mal eure Prediction dazu in die Kommentare, ob es wirklich bis 2027, 2028 schon so weit sein könnte. Oder sagt ihr, ah ne, Tokenisierung, Krypto, das braucht noch ein bisschen länger. Können wir gerne in den Kommentaren natürlich darüber diskutieren. Weiter geht es dann mit dem Thema Physical Staking, denn mit einem neuen ETP, also einem neuen Finanzprodukt, könnte das jetzt ziemlich einfach möglich sein. Und zwar haben wir hier ein Finanzprodukt, ein physisches Finanzprodukt von Vailor. Und in dem Fall kann man dann hier Gold und Krypto und so weiter staken und kann dafür dann teilweise bis zu 12% an Rendite bekommen, je nachdem, was man dort einzahlt. Das Ganze errechnet sich dann auch noch mit einer sogenannten Management Fee, da wird quasi nochmal eine Gebühr dafür abgezogen. Aber am Ende des Tages ist es auch nicht wirklich relevant, ob es dann 11 oder 12% sind. Ich denke, das Return of Invest ist da hoch genug. Und hier sehen wir eben den Verlauf von diesem Finanzprodukt, was da in Zukunft kommen könnte, denn es sollen ungefähr 30 von diesen ETPs in 2025 launchen. Und wir haben gesehen, dass sie jetzt aktuell auch mit XRP bzw. Ripple so ein bisschen am Rumprobieren waren. Und in dem Fall haben sie es sogar hier ganz, ganz offen hingeschrieben. Also Ripple, XRP, gut, sie kennen den Unterschied anscheinend nicht. Alles gut, sollen sie machen, wie sie wollen. Aber auch die werden dort eben mit einfließen. Und ebenfalls mit dem ICP, mit dem Internet-Computer-Protokoll. Finde ich auf jeden Fall auch interessant. Also da gibt es auch ein bisschen News anscheinend an der Front. Aber gut, wir sind ja hier für XRP primär. Trotzdem denke ich, 12% auf XRP-Einlagen wären da definitiv stark. Ihr kennt mich, ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, gerade was auch das Thema Börsen und so weiter anbetrifft. Also passt da auf jeden Fall immer auf. Das will ich definitiv mitgeben. Man sollte da nicht jetzt leichtfertig einfach so eine XRP irgendwo hinschicken und dann schauen, oh ja, mal schauen, wohin uns das führt. Sondern man sollte immer nur das einsetzen, was man natürlich auch bereit ist zu verlieren. Gilt ja generell auch für den Kryptomarkt. Also wenn ihr irgendwo sagt, oh, ihr wollt investieren, dann könnt ihr theoretisch davon immer ausgehen, okay, das Geld ist weg. Und alles, was drüber rumkommt, ist halt eben nice to have. Dann geht es weiter und zwar mit den Cross-Border-Payments. Denn wir haben hier eine ziemlich schöne sogenannte Competition-Map. Das heißt also, wir sehen, was eigentlich Konkurrenz ist und was eher weniger Konkurrenz ist quasi. In dem Fall haben wir hier links hohe Konkurrenz. Dann haben wir rechts weniger hohe Konkurrenz. Und ja, das Ganze kann man dann auf dieser Liste schön sehen. Hier oben sehen wir dann einmal die verschiedenen Länder. Zum Beispiel die G7, kennt ihr auf jeden Fall. Oder G20 ist ja, glaube ich, auch ein großer Begriff. Das heißt also, hier hat man dann die verschiedenen Firmen aufgelistet. JP Morgan, Airwallex, Pioneer und so weiter und so fort. Finde ich stark, dass sich da jemand mal die Mühe gemacht hat, so eine kleine Map hier zu entwerfen. Und ich bin mal gespannt, wie viel davon wirklich jetzt dann in Zukunft Konkurrenz sein wird und wie viel nicht. Hier nochmal eine schöne Timeline. Da könnte man jetzt ewig drüber sprechen. Ihr wisst, hier machen wir eher so kurzknackig die News einmal rein mit meiner Meinung. Aber wenn ihr dann nochmal genaueres zu wissen wollt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann gehe ich auch gerne morgen nochmal in Ruhe darauf ein. Dann geht es weiter mit einem neuen Bericht und zwar die sogenannten Key Reforms to Support Tokenization of Real World Assets in Australia. Was damit gemeint ist, ist, dass es hier in dem Bericht darum geht, welche Reformen eigentlich im Recht gerade in Australien jetzt hier passieren müssten, damit man auch die Tokenisierung dort gut vorantreiben kann. Und das finde ich nämlich sehr, sehr stark, denn Ripple hat hier maßgeblich mitgeschrieben. Sie haben hier mitgewirkt und zwar mit dem Digital Economy Council of Australia. Das heißt, da haben sie quasi direkt mit Australien, wenn man so möchte, kooperiert und haben da eben ihre eigenen Policies schreiben können, beziehungsweise ihre eigenen Vorschläge in dem Fall. Und man darf nicht vergessen, gerade auch in der Regierung, egal wo das ist, haben diese Leute natürlich nicht unendlich viel Expertise in allen Bereichen, sondern sie holen sich immer von externen natürlich Berater, die entsprechend dann solche Policies für die Regierung schreiben oder zumindest beratend tätig sind. Und in dem Fall hat Ripple sich hier aus meiner Sicht sehr, sehr smart positioniert. Das heißt also, sie sind da definitiv mit dabei und in so einem Bericht können sie natürlich auch das steuern, was sie reinschreiben, was ihnen auch gut in den Kram passt. Also muss man ja auch ganz klar sagen, Ripple ist eine Firma, die wirtschaftet mit Profit oder sie möchte mit Profit wirtschaften. Das heißt also, sie wollen natürlich auch die ganzen Regeln zu ihren Gunsten drehen und wollen natürlich auch diese Sachen, die sie hier aufschreiben, pro Krypto, beziehungsweise pro XRP entsprechend formulieren. Und das finde ich einfach mal wieder ein ziemlich schönes Beispiel dafür, dass andere Firmen in dem Bereich überhaupt nicht tätig sind. Denn ganz ehrlich, wie häufig hat jetzt beispielsweise die Cardano Foundation oder die Solana Foundation oder wer auch immer hier irgendwas geschrieben in Sachen Policies für, weiß ich auch nicht, eben ein anderes Land oder sowas, ist einfach nicht passiert aus meiner Sicht, sondern nur Ripple ist da eben mit dabei. Dann geht es weiter und zwar vom Polkadot Leader, denn er spricht hier einmal über das Thema Oracles, denn Ripple hat sich ja anscheinend zumindest aktiv dagegen entschieden, mit dem Flare-Netzwerk zusammenzuarbeiten in Sachen EVM-Kompatibilität für die Oracles. Kurz zusammengefasst, es geht darum, dass man Daten von extern auf die Blockchain, auf den XRP Ledger bringen möchte und dafür braucht es ja irgendeine Art von Netzwerk oder irgendeine Art von anderer Partei, die quasi dabei hilft. Und das Flare-Netzwerk hat tatsächlich so eine Infrastruktur in Teilen oder in größeren Teilen auch schon stehen, das heißt, sie wären da theoretisch bereit, das Ganze zu machen, aber Ripple hat anscheinend nicht bei ihnen angeklopft, hat danach nicht gefragt. Jetzt kann man sich die Frage stellen, woran liegt das? Wollen sie einfach Flare da irgendwie nicht haben? Wollen sie da Flare nicht mit drin haben? Und so weiter und so fort. Und ich bin der Meinung, Flare ist natürlich ein sehr interessantes Projekt, aber nicht ansatzweise auf dem Professionalitätslevel, muss man auch ganz ehrlich mal sagen, wie halt eben Ripple. Klar, in dem, was sie machen, da sind sie mit Sicherheit gut, aber ich würde sagen, Flare hat bis jetzt noch keinen Riesenerfolg zu verzeichnen. Das, was sie machen wollen, da sind sie auch ganz gut drin, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich bin ja auch ein Flare-Fan an sich, nur das ist einfach nochmal ein Liegenunterschied zwischen Flare und Ripple, der echt extrem groß ist so. Und man kann halt eben nicht erwarten, dass eine Riesenfirma wie Ripple, die mit Milliarden da hantiert, halt mit einer verhältnismäßig kleinen Firma wie Flare jetzt zusammenarbeitet, um große Teile des Geschäfts tatsächlich abzuwickeln. Ich glaube, das ist einfach unrealistisch. Dann sagt er hier, dass wir den guten Hugo Fillen, den CEO von Flare, mit Sicherheit hart getroffen haben. Ja, kann man so sehen, kann man auch nicht so sehen. Also ich finde halt, nur weil man jetzt nicht mit denen zusammenarbeitet, heißt das nicht, dass Ripple die jetzt da vollkommen irgendwie disrespected hat oder sowas halt. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Zusammenarbeit gerne gesehen hättet. Ich denke, wenn es Sinn gemacht hätte, hätte Ripple das auch so gemacht. Ich meine, es ist ja auch nicht vom Tisch, dass das nicht noch in Zukunft kommen wird. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Flare hat auch ein paar Fehler gemacht in der Vergangenheit. Die habe ich ja auch vor Jahren schon mal hier aufgeschlüsselt, wo es darum ging, dass sie super lange gebraucht haben für den ganzen Launch und so weiter und so fort. Also ja, da war auch teilweise echt ein bisschen Fehlkommunikation am Start. Von daher kann ich auch verstehen, dass Ripple sich da jetzt nicht 100% committen will und sagen möchte, oh, diesen Leuten legen wir jetzt da unser Business in die Hand. Dann geht es noch weiter vom RLUS-Dollar. Ihr merkt, es wird wieder mehr. Heute haben wir den 14.10. und ab morgen haben wir den 15.10. Und ab da geht ja auch das Ripple-Swell-Event los. Und hier sehen wir wieder ein paar sehr große Transaktionen quasi on the run. Wir haben hier einmal eine größere Transaktion von ein paar Millionen RLUS-Dollar, um genau zu sein von 3,5 Millionen RLUS-Dollar, die hier von einer unbekannten Wallet an eine unbekannte Wallet geschickt werden. Dann sehen wir hier einmal den offiziellen Transaktionsverlauf dazu bei Etherscan. Generell kann man ja auch alle Transaktionen immer ganz transparent nachvollziehen. Und hier haben wir eben auch wieder Ripple als Deployer quasi, also von dieser Wallet an diese Wallet wurde das Ganze geschickt. Hier sehen wir dann den Wert und so weiter und so fort, wie viele RLUS-Dollar da transferiert werden. Also ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke, hier haben wir schon wieder ein paar neue Transaktionen. Und hier sehen wir dann einmal den gesamten Verlauf tatsächlich, sowohl einmal von dem gesamten Amount auf Ethereum als auch auf dem XRP-Ledger. Und ja, das ist eben Ethereum im Vergleich zu XRP, ist ja an sich auch ziemlich egal, wo das Ganze transferiert wird. Es geht ja um die gesamte Menge quasi, die am Ende des Tages dann auf allen Netzwerken circulaten wird, wie man so schön im Englischen sagt. Und ja, ich denke, diese Grafik werden wir auch in Zukunft noch häufiger sehen. Shoutouts hier auf jeden Fall an CryptoQuant, die haben das hier einmal aufgeschlüsselt. Dann geht es noch weiter von Edo Farina. Da habe ich hier eine ziemlich interessante Grafik und zwar verschiedenste Leute, also Ripple-Mitarbeiter, die auch zeitweise oder immer noch aktuell in anderen Behörden beispielsweise, hier in dem Fall spezifisch bei der US-Regierung, dann mitgearbeitet haben. Und wir sehen tatsächlich, also hier alle Leute sind bei Ripple oder sind zumindest mal bei Ripple gewesen und arbeiten jetzt in anderen Behörden hier, wie zum Beispiel auch hier hinten bei Swift. Da haben wir hier Treacher und Delatine beispielsweise, also die verschiedensten Verbindungen, die da aufgemacht werden. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich denke, so viele Regierungsmitarbeiter und so weiter haben die wenigsten Firmen. Und deswegen, Ripple ist keine gewöhnliche Firma, wo einfach jetzt ein paar Leute sich irgendwie zusammengesetzt haben und gesagt haben, oh komm, wir arbeiten mal jetzt hier irgendwie 9-to-5-mäßig, sondern sie bauen da gerade tatsächlich was sehr, sehr Großes auf, aus meiner Sicht. Und ja, das kann man eben hier an solchen Grafiken auch immer mal wieder schön sehen. Dann habt ihr schon mitbekommen, Bitcoin ist wieder gestiegen, wir sind bei 65.000, also schon ein ordentlicher Anstieg. Und einige Leute sagen, oh der Uptober, er ist wieder zurück, das Ganze geht wieder in Richtung positives Movement. Also klar, wir sind jetzt noch nicht wieder komplett eskaliert irgendwie diesen Monat, aber es geht auf jeden Fall in Richtung Plusprozente, das sehe ich definitiv. Und hier haben wir eben einen sehr, sehr schönen Anstieg von, ja, bis jetzt glaube ich 5-6% gehabt oder sowas. Und der Oktober ist ja auch noch ein bisschen hin, wir haben heute den 14., wie gesagt, über die Hälfte des Oktobers steht noch bevor. Also da kann sich das Ganze auch ziemlich schnell wandeln und dann sind wir vielleicht bei plus 5 bis plus 10% sogar. Da wäre ich definitiv sehr, sehr happy. Dann könnte der November und Dezember dann auch nochmal richtig crazy abgehen. Und am Ende haben wir natürlich immer noch einen Fun-Tweet hier von WallStreetBets. Und zwar oben einmal Millionäre, wie man sich normale Millionäre quasi vorstellt. Und dann unten einmal die Kryptomillionäre. Ja, die sind wirklich something else, also die sind wirklich komplett anders. Ich meine, der Typ ist natürlich jetzt auch komplett crazy. Aber ja, stellt euch mal vor, ihr würdet diese beiden Leute hier nebeneinander sehen, von Suits und hier einmal irgendwelche Kryptomillionäre. Ja, also ich würde sagen, wer ist da auf jeden Fall am stylischsten gekleidet, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.